Nein, jetzt sag ich guten Morgen. Doch, das ist viel besser. Aber wir gehen jetzt auf die Piste, obwohl es ein bisschen neblig ist. Deswegen machen wir nur so einen kurzen Tag. Sehr gut. Bis gleich auf die Piste. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So, jetzt geht es eine Liftfahrt, auf der ich völlig alleine bin. Denn Tiefschnee ist ein Snowball halt einfach mega nice. Und das werde ich jetzt einfach mal genießen. Und einfach mal eine Runde ganz entspannt und vielleicht auch nicht entspannt hier runterrasen. Weil die Strecke ist so geil gerade. Hier traut sich halt kein Schifahrer, oder kaum. Das heißt, hier sind nur vereinzelt auch Snowboarder, die sich da zutrauen, hier runterzufahren. Und von daher hat man eine wenig bis gar nicht gefahrende Piste, auf der übel viel Neuschnee liegt. Und ja, im Prinzip ist das komplette Tiefschneegebiet, wie ihr hier zum Beispiel sehen könnt. Oder da hinten sieht man das auch so ein bisschen. Und ja, da haben sich halt so ein paar Leute gewagt, aber selbst das ist schon wieder komplett verschneit. Also, ich verspreche mir sehr viel von dieser Liftfahrt, beziehungsweise von dieser Abfahrt hier. Also, ja, würde ich sagen, gehen wir uns um, und dann schauen wir mal, wie das hier so aussieht. Auf geht's. So, gehen wir in die Bindung rein. Dann kann es auch schon losgehen. Los geht's! Ha! So, gehen wir in die Bindung. Nein. Bitte. Okay. Ja? Ah! Guck mal. Oh oh! Guck mal! Sieh! Hahaha! Guess I'm better off alone. Never know when I'll get home. But I know that home's where the heart is.